Die Deutsche Bertelsmann Stiftung und die Schweizerische Jakobsstiftung verfolgen beide das Ziel, im Bildungswesen Reformen durchzusetzen. In einer Schrift von Bertelsmann »Die Kunst des Reformierens« gibt die Stiftung Politikern eine genaue Anleitung, wie man Reformprozesse gegen den Willen der Bürger durchsetzt, wie Veto-Players, das meint Gegenspiele, auszuschalten sind und wie man ihren Zusammenhalt schwächt und destabilisiert. Ein geschickter Partizipationsstil zeichnet sich dadurch aus, dass flexible und neue Formen der Inklusion das Widerstandspotenzial aufzubrechen versuchen. Reformen können auch so konzipiert werden, dass sie manche Interessengruppen begünstigen und andere benachteiligen, um so eine potenziell geschlossene Abwehrfront zu verhindern. So gerät das Bertelsmann-Papier in die Nähe der bekannten Geheimdienstrichtlinie 176 des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Die eine Anleitung zur Zersetzung oppositioneller Gruppen gibt. Dort heißt es, Maßnahmen der Zersetzung sind auf das Hervorrufen sowie die Ausnutzung und Verstärkung solcher Widersprüche und Differenzen zwischen feindlich-negativen Kräften zu richten, durch die sie zersplittert, gelähmt, desorganisiert und isoliert und ihre feindlich-negativen Handlungen einschließlich deren Auswirkungen vorbeugend verhindert, wesentlich eingeschränkt oder gänzlich unterbunden werden. Lassen sich hier, verehrte Zuschauer, nicht gewisse Parallelen finden?